Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich ein bisschen mit euch über das Herz sprechen, über unser Magnetfeld und darüber, wie wir Situationen, in denen wir gerade drinstecken, ein Stück weit beeinflussen können. Es geht nicht wirklich ums Manifestieren, durch die Blube schon, aber viele sind schon genervt vom Thema Manifestieren, Manifestieren. Wie kann ich manifestieren? Weil viele trotzdem aus ihren Situationen nicht rauskommen. Und das sind oft die Gefühle, die Gefühle, die wir tagtäglich mit uns tragen. Diejenigen, die Leute wie Joey Dispenza zum Beispiel folgen, kennen das Prinzip und verstehen das Prinzip, setzen es aber nicht wirklich um. Was auch ein Stück weit verständlich ist, wenn man nämlich im Alltag in einer Situation drinsteckt, die einem weh tut, ist es oft schwierig, dann sich gut zu fühlen. Wie soll ich mich gut fühlen, wenn ich den ganzen Tag, in Anführungsstrichen, die Scheißfresse vom Partner habe, auf den ich eigentlich gar keinen Bock habe oder vom Chef oder von wem auch immer, der dich in deinem Leben eingrenzt. Manchmal sind das keine Menschen, das sind einfach gewisse Situationen, aus denen du einfach raus möchtest. Hier kommt der Punkt, dir selber zu erlauben, dich gut zu fühlen. Dir zu erlauben, vielleicht kennt ihr das von Neville Goddard, im Ende zu leben. Also am Ende die Situation, die du vorzustellen, die du gerne hättest. Viele beschäftigen sich gar nicht mit dem, was sie wollen. Sie kämpfen nur gegen das, was sie tagtäglich haben, erleben, sehen. Das heißt, sie kämpfen einfach nur gegen die Situation, in der sie gerade drin sind. Und das ist dann einfach eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass wir ständig dann in der Scheiße sitzen. Wir, sage ich jetzt. Die Person, die es betrifft. Was du machen kannst, ist, dir, und jetzt kriegst du eine richtige Anleitung, dir mal aufzuschreiben, was sind denn da für Emotionen, schreibst du dir wirklich auf. Was sind da für Emotionen, gegen die ich kämpfe? Ist es Ohnmacht, Angst, Wut, Frust, Hass, Neid? Schreib dir das auf. Beschäftige dich mit diesem Gefühl. Weil wenn wir gegen dieses Gefühl kämpfen, es bleibt immer noch da. Es geht nicht weg. Es ist in dir. Wenn du dich mit diesem Gefühl beschäftigst, fühle es einfach in deinem Körper. Wo fühlst du es? Kannst du da reinatmen? Kannst du mit diesem Gefühl bleiben? Danach erst ist es möglich, dich damit zu beschäftigen, gute Gefühle zuzulassen. Weil du dann Platz gemacht hast. Weil das andere Gefühl, gegen das du kämpfst, nicht mehr so viel Raum einnimmt. Dass da mehr Platz ist für das Gefühl, was du gerne in dein Leben einladen möchtest. Dann kannst du morgens mit Dankbarkeit anfangen. Wie kann ich jetzt aber Dankbarkeit spüren? Sag mal, ich kann nicht Dankbarkeit spüren. Ich glaube, damit haben wir alle ein Problem, weil es uns einfach vielleicht in vielen Bereichen zu gut geht. Wenn ich sage, zähle jetzt einfach mal zehn Sachen auf, die du gut findest. Für die du dankbar bist. Wir können, glaube ich, alle zehn Sachen aufzählen. Dass ich sehen kann, dass ich hier gerade ein Mikro in der Hand habe, mit dem ihr mich deutlich hören könnt. Ich habe hier Lichter, dass meine Videos einfach besser beleuchtet sind. Ich bin gesund. Ich bin fit. Ich habe einen Kühlschrank. Ich habe leckeres Essen. Ich habe jederzeit Zugriff auf Nahrungsmittel, wenn ich sie haben möchte. Wir haben fast alle, die mir hier zuschauen. Ich glaube, alle haben immer genug Geld, um satt zu werden. So, ich brauche jetzt nicht genug aufzählen. Ihr wisst das schon. Aber wie komme ich wirklich in das Gefühl? Und in das Gefühl kommst du unter anderem, es gibt mehrere Wege, aber unter anderem, wenn du dein Herz öffnest und an eine Person denkst, die du liebst. Für Eltern ist es oft das Kind. Das lieben wir immer bedingungslos. Das heißt, du arbeitest mit der Dankbarkeit, denkst aber erst mal an die Person, die du liebst. Und spürst dein Herz. Und dann bist du schon mal in der Liebe drin. Und dann kannst du aufzählen, für was du dankbar bist. Und es gibt so viele Sachen, für die wir dankbar sein können. Dass wir Autos haben, dass wir Flugzeuge haben, dass wir S-Bahn haben. Es gibt immer noch einen Anteil da in jedem von uns, der das dann wieder kritisiert, aber Umweltverschmutzung, aber die anderen haben es nicht, aber ich habe. Der ist da, lass ihn plappern. Das ist einfach ein Mitbewohner in unserem Kopf, der einfach versucht, immer wieder das Schlechte an dieser Welt zu sehen. Er ist nicht böse, er versucht uns zu retten. Wenn wir das Schlechte nicht sehen würden, dann könnten wir in einer Gefahrensituation nicht überleben. Deswegen muss es einfach sein. Wenn wir uns aber mit dem Anteil verbinden oder mit unserem Herzen verbinden, das oder den, den wir wirklich lieben, wirklich lieben, bedingungslos. Und dann daran, für was ich dankbar bin und schon mal damit den Tag starten. Und dann überlegen, was wäre das Optimalste, was mir geschehen könnte, was mir passieren könnte. Und mal so ein bisschen damit in einen Tagtraum reinzugehen. Jeden Tag immer mal wieder zwischendurch. Weg von den Gedanken, was will ich nicht, das stört, das ist ätzend. Hinzu, was wäre optimal. Was würde mich glücklich machen. Auch wenn ganz viel in mir das nicht glaubt und das ist nicht möglich für mich. Aber ich möchte ein bisschen spielerisch daran gehen an diese Sache und es mir einfach nur vorstellen. Du wirst sehen, dass du doch anfängst, dich anders zu fühlen. Leichter zu fühlen. Besser zu fühlen. Dass es für dich möglich ist. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich gerade aufnehme. Ich war doch am Aufnehmen. Jetzt habe ich einfach mal mittendrin gestoppt, um zu gucken, ob ich aufnehme. Weil ich mit meinem Handy aufnehme, weil meine Kamera kaputt ist. Meine zweite Kamera, die nicht funktioniert. Ich bräuchte eine neue. Hat dies nichts mit dem Thema zu tun. Aber wenn du eine Empfehlung hast für eine gute Kamera, gib es mir unten in die Kommentare rein. Dann werde ich mal recherchieren. Weil ich bin absolut nicht der Technikfreak. Ich bräuchte aber trotzdem schon mal eine neue Kamera. Ja, also wenn wir uns erlauben, wenn wir es uns erlauben, gute Gefühle zuzulassen in unserem Körper, dann erst kann Schritt für Schritt im Außen sich die Situation verändern. Weil auch unser Herz sich öffnet. Unser Herz sich ein Stück weit verändert. Die Frequenz sich ein Stück weit verändert. Und somit auch die Situation im Außen sich verändern. Ich erzähle das und denke jetzt gerade darüber nach. Vor Jahren hätte ich dem ganzen Kram nicht geglaubt. Ich hätte gedacht, ey, die will mich verarschen. Was erzählt die da? Bei mir ist es anders. Ich habe aber die Erfahrung gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich es zulasse, ein bisschen erst mal an meinen Gefühlen. Mit mir selber. Meine Gedanken verändern, meine Gefühle. Und die Gedanken können wir erst verändern, wenn wir in unserem Körper, in unseren Gefühlen arbeiten. Es ist nicht einfach nur Stopp sagen und neue Gedanken. Die Alten kommen ja immer wieder hoch. Aufgrund der Gefühle, die noch nicht verarbeitet sind in unserem Körper. Wenn wir aber damit arbeiten, fangen plötzlich Kleinigkeiten an, sich im Außen zu verändern. Wenn wir uns vorstellen, dass das Außen einfach nur ein Spiegelbild ist, in das wir reinschauen. Und so scheiße sich das anhört, weil einfach so viel Scheiß draußen passiert. Aber die Menschen da draußen, dass die einfach nur Anteile von uns sind, die wir vielleicht unterdrücken. Anteile von uns sind, die damals unsere Eltern waren. Wenn ich eine Mutter hatte, die narzisstisch ist oder einen Vater hatte, der mich immer niedergemacht hat, dann werde ich diese Anteile auch in mir haben, dass ich mich selber narzisstisch behandle und mich selber fertig mache. Und wenn das so in mir ist, werde ich im Außen auch Menschen anziehen, die genauso mit mir umgehen. Deswegen auch Menschen, die mit narzisstischen Partnern zusammen sind. Da ist ein Anteil von Narzissmus in dir drin. Und nicht, dass ich dich jetzt beschimpfe oder verurteile. Ihr kennt mich hier auf meinem Kanal. Ich brauche da niemanden verurteilen. Wir lernen und wachsen persönlich. Und das ist wie beim Alkoholiker. Wenn du hinschaust, was wirklich ist und es erkennst in dir, erst dann kannst du es ja auch verändern. Ich meine, das Hinden schon erkennen ist nicht schon direkt die Lösung, aber es macht schon ganz viel. Ja, öffne dich, erlaube dir die guten Gefühle mit dem, wie ich es dir gerade erklärt habe. Und schreib mir gerne unten in die Kommentare, was das Video mit dir gemacht hat. Gerne einen Daumen nach oben, damit meine Videos mehreren Menschen gezeigt werden. Und teile es gerne mit den Menschen, wo du denkst, die brauchen das jetzt. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.